Pane, trockenes Pane. Die Gläser sind auch richtig dreckig. Wo sind wir denn hier gelandet, Franzi? In Italien gilt jetzt ja die landesweite Maskenpflicht im Freien. Wir sind am Meer. Wie geil. Ja, jetzt sind wir hier an der Costa dei Tabocchi. Hallo aus unserer Butze hier in Pescara. Wir sind jetzt von Venedig einfach mal weitergefahren, fünf Stunden im Süden. Also an die Wade von Italien, wenn man so will. Weil wir natürlich weiter wollen nach so Rom, Pompeji, da wollen wir unbedingt noch hin. Und wir haben uns jetzt Pescara ausgesucht, weil wir hier einfach so ein bisschen mittendrin sind und ein paar Tage brauchten, um die Eindrücke zu verarbeiten, die wir so in den letzten zwei Wochen schon aufgenommen haben und auch vor allem mal das ganze Bildmaterial zu Videos zu schneiden. Jetzt wollen wir uns das aber heute nicht entgehen lassen, uns eine Sache anzugucken. Ja, jetzt sind wir hier an der Costa dei Tabocchi. Das ist die Küste dieser Fischerhäuser. Früher haben die da irgendwie gefischt und die sehen jetzt ja nicht ganz so stabil aus mit ihren Stelzen, sollen aber gegen die Fluten und was das Meer so zu bieten hatte, ganz gut stabil gewesen sein. Ja, diese alten Fischerhäuser sind inzwischen umgebaut und sind oft Fischrestaurants. Und vielleicht versuchen wir mal, das da hinten anzusteuern und hoffen, dass es aufhört. Noch ist der Hunger nicht ganz so schlimm, da ist ein bisschen Toleranz noch da. Gott sei Dank, hungrige Franzi will man eigentlich nicht so lange haben. Nee, da schlägt ganz schnell um. Ja, irgendwie haben wir es falsch eingeschätzt. Hier ist ja richtig geil Badewetter. Wir sind hier in langer Hose und alle anderen sind hier irgendwie am Schwimmen. Naja, aber wenn wir jetzt hier gleich so einen geilen Fisch kriegen, dann ist es ja auch gut. Und wir nähern uns dem Restaurant. Mal gucken. Und so gesehen ist das 50-50 Chance, dass das offen ist. Das ist hier kein Fisch für uns. Und es liegt so schön hier. Jetzt sinkt die Toleranzschwelle und das Poa-Level steigt. Das heißt, jetzt wird es langsam kritisch, dass wir was zu essen finden. Ich würde sagen, wir gehen in die Richtung, oder? Und gucken, was da noch kommt. Dahinten sind ja zwei, wozu nicht viele langgelaufen sind zumindest. Wo? Da auf diesem Steg da. Dann sind wir 20 Minuten gelaufen. Zum anderen Ende. Und es riecht nach Essen. Und ich sehe da auch Leute im Fenster. Es könnte offen sein. Das Tor steht auch offen. Also Daumen drückt, sonst kommt der Hangry-Mode. Alle reserviert die Tische. Da ist es voll, die zwei. Ich frage, ob wir da noch einen Platz kriegen, ne? So, also hier ist zumindest offen, dass jetzt der dritte bzw. vierte und letzte Versuch heute in so einem Trabocco was zu essen. In so einem Trabocco kann man Samstagmittag nicht unangemeldet einfach essen gehen, auch in der Nebensaison. Wir kriegen leider nichts. Aber wir haben jetzt einen Tisch für heute Abend reserviert. Das löst nur leider mein aktuelles Hungerproblem nicht. Aber heute Abend gibt es ein romantisches Essen hier oben. Und was machen wir jetzt? Ah, ne? Trockenes Paar, ne? Die Gläser sind auch richtig dreckig. Wo sind wir denn hier gelandet, Franzen? Wir versuchen ja eigentlich immer das Positive hervorzuheben, aber bei dem Essen und dem Service gerade fällt uns leider nichts mehr ein. Also wir haben das Wasser, was wir bestellt haben, gar nicht bekommen. Das Essen war echt nicht gut und dafür haben wir trotzdem jeder zwei Euro Coperto, also dieses Gedeck sozusagen bezahlt. Also heute mal eine Nicht-Empfehlung, falls ihr hier sein solltet. Jetzt gucken wir uns aber trotzdem nochmal die Stadt an, die da irgendwo den Hügel hoch ist und vielleicht bekommen wir ja zur Versöhnung noch ein leckeres Eis. Na, das macht doch alles wieder Wett hier. Drei Monsterkugeln mit Sahne kostet hier nur drei Euro. In Venedig haben wir ja acht bezahlt. Ne, zusammen. In Venedig haben wir für acht Euro zu zweit jeweils zwei Kugeln gehabt. Jetzt haben wir halt drei Kugeln jeder. Das genießen wir jetzt und gucken wir, ob wir noch irgendeinen schönen Aussichtspunkt hier finden in der Stadt, bevor das hier schmilzt. Geil, eine Baustelle. Da gibt es glaube ich einen guten Blick. Der schönste Blick über die Küste der Traboki ist hier oben von dieser Baustelle und da ganz hinten sieht man auch den ersten, wo wir heute unser Glück versucht haben, der ja leider geschlossen war. Ja, da sind wir ein ganzes Stück gelaufen. Ich fasse zusammen. Die Trabokus hatten alle geschlossen oder waren ausgebucht. Wir hatten keine Badehose mit, konnten also nicht schwimmen. Und dann hatten wir dafür zumindest das schlechteste Essen, das es in Italien gibt. Und jetzt immerhin noch ein leckeres Eis und einen sehr guten Blick. Jetzt reicht es erstmal hier an der Küste. Wir fahren nochmal wieder in unsere Unterkunft. Wir werden uns nochmal an die Laptops setzen, in die Tassen hauen für den Blog und Matthias wird ein bisschen Video schnibbeln. Und dann starten wir heute Abend einen zweiten Versuch, beziehungsweise den insgesamt fünften, dann in so einem Trabokko zu essen und da nehmen wir euch auch wieder mit. Also, bis später. Ich hatte gerade einen Anruf von dem Trabokko, in dem wir heute Abend unseren Tisch reserviert hatten, dass es heute zu kalt sei heute Abend und sie deswegen leider nicht aufmachen. Auch der fünfte Anlauf, in so einem Restaurant zu essen, klappt nicht und ich glaube, jetzt gehen wir auf, oder? Jetzt haben wir einfach selber gekocht. Das ist jetzt nicht Fisch auf dem Stelzen-Restaurant, sondern halt einfach unsere Standard-Gemüsepfanne. Deutlich günstiger. Und so ist das ja auch manchmal bei der Art, wie wir reisen, dass nicht immer alles klappt und wir auch nicht immer so super viel erleben, weil wir ja zwischendurch auch noch ein bisschen an unseren Sachen arbeiten. Und dann sehen wir uns irgendwo an der Amalfi-Küste. Da fahren wir als nächstes hin. Genau. Tschüss. Ciao. Ja, ich fasse zusammen die Trabokko, wie heißen die Dinger? Also. Soll ich sagen? Es wird nichts. Nee, es geht schon. Trabokko-Sanden. Okay, dritter Versuch. Wir hatten keine bla-ba. Und damit beenden wir jetzt... Nein.